Heute spielen wir die Regenbogenfreunde-Story. Wir haben drei verschiedene Monster. Ein blaues, ein grünes und ein orangenes. Und wir müssen verschiedene Aufgaben erledigen, wie Blöcke finden, Essen finden oder Batterien. Können wir es schaffen zu entkommen und die Monster zu besiegen? Schau bis zum Ende, denn das wollt ihr nicht verpassen. Los geht's! Oh, wo bin ich, Kaspar? Wo bin ich? Okay, okay, okay. Aber wir sind hier versteckt in irgendwelchen Kartons, ne? Ich weiß, das Ding ist krug. Guck mal, wir sind jetzt hier, oh mein Gott, in der Regenbogenwelt. Was, wie krass sieht die denn aus? Und guck mal, wir müssen jetzt Blöcke finden. 24 Stück insgesamt, wo sollen die denn sein? Die sind hier irgendwo versteckt. Wir müssen halt die Blöcke wiedergeben. Und dann müssen wir halt noch hier richtig, richtig krasse Sachen machen. Wir sind irgendwie in der falschen Welt. Das sieht auch krass aus hier. Was ist das für eine Fabrik hier? Stimmt, das sieht echt richtig cool aus. Guck mal, ich kann auch als Box. Ah, du kannst ja auch als Box. Oswald Davis. Sag mal, das ist doch dein Opa, oder nicht hier? Gar nicht, gar nicht so. Warte mal. Lassen wir hier weit nach oben gehen. Warte mal, war da gerade ein Versteck? Wo? Ach, ich bin jetzt hier versteckt, denn es spinnt. Alter, ja, Mann. Hier kann man nicht entkommen anscheinend? Also hier ist auch sogar, wir sind anscheinend sogar eingesperrt, ne? Eingesperrt hier in der Fabrik. Ach, warte mal. Wir müssen hier dem Peil folgen. Oh, hier vorne, das sind doch diese Blöcke, die wir finden sollen, oder nicht? Ja, ja, hier sind schon zwei Blöcke gefunden worden. Zwei Stück, okay, sehr gut, ja. Was wollen wir noch? Das war ganz, guck mal. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Äh, was ist das für ein Geheimweg, den du hier gefunden hast? Hä? Hä? Hörst du das? Was ist das gewesen? Irgendein Monster oder sowas. Äh, hörst du das? Ja, hörst du das? Pass auf den Rauch da auf. Alter. Hä? Oh mein Gott, Lauf! Lauf, weg! Was ist das denn gewesen auf einmal, Alter? Ich mach die Tür auf einmal, kommt da irgendwas? Ich hab's, okay, wir haben drei von 24 gefunden, also, Lilly wurde gefunden. Hier, ich hab'n Block. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab'n Block, ich hab'n Block. Das war schnell durchziehen, das war schnell durchziehen. Denkst du? Okay, darauf, darauf. Wenn man sich als Kiste versteckt, sieht das nicht? Dann sieht er ein Safe nicht, oder? Oh mein Gott, einer wurde auch gefunden. Das heißt, wir dürfen nicht gefunden werden. Von dem. Wir dürfen nicht gefunden werden, wir müssen alle Blöcke finden. Was ist hier denn? Hier sind noch Blöcke, oder? Ja, ja, haben die alle mit? Du kannst mehrere nehmen. Sehr gut, sehr gut. Ah, du kannst mehrere nehmen, okay. Genau, ich hab jetzt zwei Stück mit. Mhm, sehr schön, und jetzt müssen wir sie wieder auf den Tisch stellen, oder sowas, ne? Ja, ja. Okay, dann haben wir jetzt sogar schon... Oh mein Gott, da ist er! Oh Gott, da kommt er, da kommt er! Da ist er, Laufweg, oh! Wie, was ist das? Hä, der sieht ein bisschen aus wie der von der Sesamstraße, Elmo, oder so. Nee, der hat doch ne Krone, der Typ hat hier ne Krone auf, und so. Geheimraum! Wartungwelle 12. Oh Gott! Hä? Ist schon auf hier! Oh mein Gott, hier sind auch Pfeile! Das heißt, wir können... Da hinten ist ein Block! Da! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stimmt! Wie sind denn noch mehr? Ähm... Der hier, so. Der ist schon mal wichtig. Hier lang, kann man hier noch irgendwo langlaufen? Ähm... Ich guck mal grad, hier vorne muss locker auch noch irgendwo einer sein. Hier ist kein Block. Gruselig, ne? Aber ich weiß nicht, hier oben, wo wir langlaufen jetzt grad, ist doch safe noch einer, oder nicht? Ja! Diese geheime Tür, ja! Okay, du gehst da rein, ich geh hier mal rein. Hier ist noch ein Block! Warum nimmst du denn nicht den Block? So, ich hab... Warte, ich hab jetzt hier den Block, so. Wieder am Anfang? Guck mal, hier geht's wieder in diese normale Welt rein, siehst du das? Stimmt, warte, ist hier noch irgendwo vielleicht ein Block? Oh, wir haben jetzt fast alle Blöcke gefunden, ne? Okay, dann lass die mal zurückgehen, dann wissen die Leute auch schon mal, dass wir schon mal mehr haben. Ja, der Pfeil ist nach rechts. Wir gehen in die falsche Richtung, glaub ich grad. Hier, guck mal! Ne, hier können wir nicht langen. Okay, wir müssen hier langen, wir müssen hier langen. Hier durch die Tür und in dem Pfeil folgen, müssen wir hier durchkrabbeln. Ah, okay. Meinst du nicht, dass da hinten vielleicht noch ein Block übersehen wird, oder sowas? Äh... Hier durchkrabbeln? Gute Frage. Ne, dann ist doch Sackgasse hier, oder was? Ne, hier müssen wir langen. Immer nur den Pfeilen folgen. Hier ist der Pfeil und... Oh mein Gott, okay. So, jetzt haben wir... Ah ja. Uns fehlen noch vier Blöcke, oder was? Oh, sehr schön. Vier Blöcke nur noch, dann haben wir alle. Also, na, wo sollen denn die letzten sein? Nein, ich sag dir, die suchen doch alle grad schon überall. Ja, das glaub ich auch. Äh! Pass auf da! Hab ich den gehört, glaub ich, in die Richtung. Hast du ihn gehört? Wow! Ja, lass mal durchkrabbeln. Wo geht's hier hin? Macht der jetzt hier die Tür auf? Oh mein Gott. Denkst du, wir müssen uns... Jetzt Karton verstecken? Genau, ich weiß nicht genau. Also, ich hab den grad schon wieder gehört. Der war doch da grad, oder nicht? Ja, der war da an der Tür. Und es fehlen noch drei Blöcke. Das kann ich nicht sagen. Ja! Guck mal! Wir haben alle Blöcke gefunden! Jawohl! Sehr gut! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Und jetzt? Ist das denn? Siehst du das auch? Was ist das für ein Ding? So grüne Tentakeln! Ja, ja! Was guckt der uns zu komisch an? Was ist das? Wieso? Will der die Blöcke klauen vielleicht? Ich glaub schon! Oh nein! Oh mein Gott! Es wurden vier eliminiert! Was? Was? Oh mein Gott! Die nächste Nacht fängt gleich an! Oh, oh! Okay, ähm... Ich hab sehr, sehr Angst. Ähm... Also die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Weißt du jetzt gleich auch wieder Blöcke finden? Ja, ich glaub... Ne, das weiß ich nicht genau! Ich glaub, es ist jede Nacht eine andere Challenge vielleicht oder sowas! Ich glaub auch! Wenn die alle überleben, dann haben wir es geschafft! Okay, mal gucken! Die nächste Nacht beginnt jetzt in eine Sekunde! Ja, let's go! Klingt, als wäre grün wach! Dieses grüne Monster oder was? Ich glaube, er weiß, dass wir in dem Raum sind! Oh nein! Wir müssen uns keine Sorgen machen um ihn! Er ist blind! Das heißt, er kann uns nur hören oder was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, dann kommt er anscheinend das grüne Monster oder so! Das kann uns nicht sehen! Ja, ja! Hört sich ganz so an! Jetzt müssen wir die Essenspackungen finden! Genau! 15 Stück! Das heißt, die eine hat schon, glaub ich, ein paar gefunden! Oh nein! Einer hab ich schon! Oh mein Gott! Der kommt von unten! Der ist direkt neben mir gerade gewesen! Lauf! Lauf! Schnell! Lauf! Ich hab ihn noch nicht gesehen! Der war direkt neben mir gerade! Ich hab schon drei Stück! Einer wurde geholt! Einer wurde geholt! Oh nein! Oh nein! Musst du die hier reinpacken? Hier! Da ist er! Ich hab Essens reingepackt! Ich hab Essens reingepackt! Er kann uns nur hören! Oder? War das so? Weg hier! Weg hier! Weg jetzt! Oh mein Gott! Die Tür war laut! Hier? Die Tür war laut, glaub ich grad! Hier müssten noch mehr sein, glaub ich! Lass mal aufteilen! Zwei Essensboxen! Alter! Zwei Stück in einem Raum! Auf einem Fleck! Sehr gut! Hier ist so ne Burg! Da geh ich mal hoch! Ja! Bist du grad... Du hast mich langsam gemacht! Aber die Tür ist verschlossen hier! Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt irgendwo... Ich bin irgendwo... Orange Hideout! Hä? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist irgendwie viel größer als das andere von eben, ne? Ja! Die Map ist anders jetzt gerade! Bist du nach rechts gegangen, oder was? Ja, ja! So ne komische Burg rein! Aber da ist noch irgendwas! Aber ich bin hier gerade gar nichts mehr! Ne! Also einen hab ich hier noch gefunden! Aber ich muss auch noch da gucken! Es ist hier ein riesiges Tunnelsystem jetzt! Okay! Warte mal! Ich geh nochmal ganz kurz! Da bist du! Da bist du! Hier! Genau! Und hier lang jetzt! Was ist denn hier? Ne! Hier kann man nicht rein! Ich bin da eben schon hoch! Da oben ist nix! Das ist so ne Versteckung! Okay! Dann komm mit! Hier war eben so ein Geheimgang nach unten! Zeig mal! Zeig mal! Ja! Warte mal! Ja! 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 Gehi lecker! Karton! 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 Er kommt! Er ist da! Oberon Charlesestrainer! Oh深! Er sieht dich nicht! Oh mein Gott! Er sieht mich echt nicht! Okay komm raus! Er kommt, er kommt zurück! Schlimm! Was ist denn? Er kommt zurück! Schlimm! Er kommt jetzt nochлfl architecture! Ja! Ins Theater hier hoch. Ins Theater hier hoch? Ja, stimmt. Okay, das Essen wegbringen. Ach, das Stück worden ist schon gefunden. So, jetzt haben wir nur noch... Oh, da hat auch noch... Vier Stück nur noch. Komm schon. Oh, sehr gut, sehr gut. Da hat auch noch Essen, Essen, mehr Essen. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay, komm, wir laufen. Wollen wir hier vorne noch mal langlaufen? Ja, ja, ich glaube, da vorne muss locker auch noch mal irgendwo was sein. Hier oben ist eine Tür. Oh, nein. Das gute Monster ist da. Ich habe es früher noch nicht einmal gesehen. Was ist hinter uns? Hier, die Werkstatt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Da ist es. Da kommt er, da kommt er. Hier bin ich. Warte, meinst du, ich traue mich links an ihm vorbeizulaufen. Soll ich? Nee, mach es nicht, Digga, mach es nicht. Ich weiß nicht, ob du das gestorben. Dann bist du eliminiert. Nee, hier ist die Märchenwelt. Das ist jetzt falsch hier. Das ist jetzt falsch. Oh, Gott. Ich gucke, ob das grüne Monster vielleicht wegläuft. Was ist auch hier oben? Kann man hier so reingehen? Das hört uns nicht, ne? Das hört uns nicht. You slowed me down. Oben. Ich glaube, der ist auch durchgezogen, der grüne. Ja, der ist weg, der ist weg. Oh, mein Gott. Er ist gerade weg. Gerade vor unseren Augen. Oh, mein Gott. Da läuft er mit dem blauen, lol. Okay. Aber hier muss es nicht sein, jetzt. Hier waren wir doch schon. Hier, hier ist doch jetzt richtig oder nicht? Ey, hier waren wir doch schon. Hier waren wir schon? Na klar. Okay, ich hab's. Oh, das ist jetzt ein Paket. Das war das Monster. Ja, wo jetzt hin? Wo jetzt hin? Wohin? Zum Theater. Ja, da ist doch das Monster, oder nicht? Ja, renche hin. Okay. Oh, Gott. Ich laufe. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich locke es gerade weg. Ich locke es gerade weg. Ich laufe, ich laufe. Ich komm, ich komm, ich komm. Ja. Okay, richtig. Alter, das war ganz, ganz knapp gerade. Jetzt haben wir alle Essenspakete gesammelt. Guck mal, das Müsli, das Müsli. Hä? Äh. Das Orange number uns da, nein. Wo ist denn das? Was ist das denn? Lions, das hat Müsli gemacht. Oh mein Gott, wie viele sind ausgeschieden. Es leben nur noch vier Leute. Wie sollen wir denn das jetzt schaffen? Nee, wir sind zu fünf, wir sind zu fünf. Das schaffen wir. Ach, fünf, stimmt, stimmt. Das schaffen wir alles. Okay, warte mal, nächste Nacht geht gleich los, ey. Wir sind ja die Besten, das schaffen wir alles. Ach so, ich mach mich schon mal warm. Uah, uah. Ich auch. Okay, und eins, zwei, zwei. Okay, sehr gut. Immer wieder schön wir warm machen. Zack, Box geübt. Die letzte Nacht bricht an. Wir müssen die letzte Nacht noch überleben. Wir müssen die Maschine reparieren. Die Maschine zeigt uns, warum wir wirklich hier sind. Die Lüftungsöffnungen sind undicht geworden. Okay, da sind anscheinend irgendwelche Fußspuren oder sowas da. So, wir müssen jetzt hier... Sicherungen. Sicherungen, okay. Äh. Ja, wohl hin, oder was? Hier. Hier ist so eine Glühbirne. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier ist auch eine, ich hab auch eine. Hier müsst ihr finden. Hier ist noch eine. Ich hab auch noch eine. Das Monster kommt vielleicht von da unten. Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr Sicherungen gibt. Angst, dass hier jetzt irgendein Ding gleich kommt. Ey, Mann. Das Ding ist, hier ist auch noch das Orange-Monster da. Ja, drei Monster laufen jetzt hier schon rum. Oh, nochmal. Ich hab noch mehr Sicherungen. Sicherungen, Sicherungen. Oh mein Gott, das grüne Monster ist direkt vor mir. Ich warte jetzt ganz gut, bis das grüne Monster weg ist. Das ist direkt vor mir noch. Oh mein Gott, jetzt seh ich, was ist blau? Was ist das denn? Jetzt kommt das Monster. Pass auf die Sicherung, auf die Lüftungsschächte. Da gucken, da gucken Hände raus. Oh mein Gott, das Monster hat einen geholt. Oh mein Gott, ich wurde erwischt. Was? Ich bin gestorben. Als ob, wie kannst du erwischt werden? Also ich hab jetzt gerade dieses grüne Monster fast geholt, ne? Also du musst, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Ich konnte respawnen. Ey, aber du musst echt aufpassen, denn du darfst nicht an die Lüftungsschächte ran. Wieso? Da sind Hände, die rausgucken. Ach, als ob? Ja, und die haben die, auch egal, auch wenn du richtig weit an denen vorbeiläufst, kriegen die dich trotzdem gegriffen. Du musst da echt aufpassen, du kannst da nicht lang lang. Oh mein Gott, das grüne Monster ist direkt neben mir. Ich bin doch jetzt extra außen rumgelaufen. Okay, hier muss ich die Sicherung. Hier haben jetzt nochmal weitere Sicherung. Ich hab jetzt hier drei Sicherungen gebracht. Geh nicht dran vorbei. Alter! Bist du gestorben? Digga, das ist ja, ich bin ganz links gegangen. Also ich bring auf jeden Fall jetzt die Sicherung erstmal zurück zum Theater. Mann ey, ich bin jetzt auch wieder hier. Jetzt hab ich aber meine eine Sicherung verloren. Verdammt. Ey, da darf man gar nicht vorbeilaufen. Oh nein! Der kommt dann, der kommt dann. Der darf da auf gar keinen Fall vorbeilaufen. Ja, aber dann ist hier irgendwo... Oh mein Gott! Oh, der ist auf mich grad zugelaufen. Der blaue unten ist auf einmal stehen geblieben. Das war ganz, ganz knapp gerade. Wie können wir denn am besten orange füttern? Wir müssen orange füttern. Orange füttern, gute Frage. Oh Gott. Uns wird da glaube ich gleich... Zwei Sicherungen. Wirklich sauer. Ja, hier ist meine. Okay, jetzt sind gerade keine Arme da dran. Das ist gar nicht vorbeilaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Fußspuren zeigen auch wieder dahin. Letzte Sicherung dann, letzte Sicherung dann jetzt. Hier, ich hab die beiden. Ja, dann los! Schnell ist die letzte Nacht. Ich komme! Und der Generator wird uns zeigen, wie wir wieder nach Hause kommen. Jawohl! Und ab, Rainer mit uns! Rainer! Sehr gut! Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall... Oh Gott, die Maschine geht an, der Generator geht an. Was passiert jetzt? Was passiert? Das sollte nicht passieren. Was ist das denn? Oh nein. Was? Oh nein. Es ist zu dunkel, um die Maschine zu sehen. Oh nein, es sind noch mehr... Ja, er ist ausgestalten worden, direkt vor meiner Nase. Hier, Leute, nur noch. Ey, was? Hier, es ist einfach mitten in der Nacht. Es ist einfach übel dunkel. Okay, Kaspar, er lässt uns gehen, ne? Wenn wir quasi... Okay, wenn wir... Ja. Wenn wir diesen Power-Generator wieder anschalten, ne? Ja. Und wir haben sogar Taschenlampen. Okay, aber da waren irgendwo Taschenlampen. Okay, dann erstmal eine holen hier. Ja, ich schnappe mir auch gerade eine. So. Okay, kannst du sogar noch Verleuchtung anschalten. Das ist auf jeden Fall auch gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir anscheinend neun Batterien finden. Hm, wo sind die denn jetzt hier? Neun Batterien. Die gehen jetzt, glaube ich, hier rund. Der geht noch... Oh mein Gott. Pass auf da jetzt, ne? Okay, hier ist, glaube ich, nichts. Oh, ist hier vorne irgendwo noch... Was sind hier Batterien? Hier sind noch Batterien drauf, aber ich kann da nicht hin. Ne, ne, die sind auch die falschen. Das sind nur diese Videobatterien, oder? Okay, wir brauchen diese... ...richtig guten Batterien, oder was? Ja, ja, ja. Pass auf die Arme auf, ne? Oh Gott! Oh, da sind die. Pass auf. Ich wollte es gerade sagen. Hier ist... Okay, warte mal, hier sind wir im Theater. Das ist eine, hier. So sehen die also aus. Okay, die sind echt... Nummer eins. Hier noch eine. Oh Gott, sehr gut. Nummer zwei. Oh mein Gott, ich höre einen. Ich auch, Lüftungsschacht schon wieder. Oh mein Gott. Der krabbelt zum anderen Lüftungsschacht. Pass auf, da jetzt gleich. Der krabbelt uns hinterher irgendwie. Ja, ja, safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lauf. Karton, Lauf! Lauf, Batterie. Hier ist die Batterie noch. Lauf weg. Ne, hier ist auch keine mehr. Dann hoch vielleicht. Die Borg hochlaufen. Ja, oder wir gehen hier weiter. Oh, schnell hoch. Ja, warte mal, ich gucke einmal oben. Ich kann nämlich noch hier nach unten laufen. Die Hände sind nämlich gerade nicht da. Jetzt kann ich hier nämlich in den Raum reingehen. Wo ich eben nicht konnte, aber hier sind keine Batterien. Bist du lang gelaufen jetzt hier lang? Oder hast du hier links? Ja. Okay, sehr gut. Okay, warte mal, lass mal, pass auf, pass auf die Hände auf. Dann lassen wir jetzt hier. Oh mein Gott. Lass hier kurz die Batterien wegbringen. Ja, safe, safe. Aber wir haben jetzt nämlich schon echt viele gefunden. Oh Gott, da kommt der, da kommt der. Hast du die rangebracht? Ja, hab ich rangebracht. Nee, doch nicht. Hast du nicht. Warte mal, oh Gott. Nein, 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 nein. Er sieht uns. Karton raus, Karton raus. Oh mein Gott. Er sprintet. Nicht bewegen, nicht bewegen. Du hast dich bewegt. Digga. Oh mein Gott. Pass auf, du musst jetzt so bleiben. Vielleicht kommt dieser kleine Racker, ne? Ja, ich bleib so, ich bleib so. Alter. Darf es aber nicht in seiner Linie sein. Du hast die Batterien nicht abgegeben. Ich glaube, du hast drei Batterien, ne? Zwei Stück, zwei Stück. Er kommt jetzt. Durch die Tür? Nein. Oh, warte mal, das ist knapp gerade. Oh mein Gott. Okay, ich bring die Batterien jetzt weg. Okay, noch eine Batterie, ne? Eine Batterie. Eine letzte, eine letzte. Ich bin jetzt auch gerade mit dir unterwegs. Ja. Hier lang. Oh, ja. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es, wir haben es. Erte Batterie habe ich geholt, ne? Sehr gut, sehr gut. Und jetzt geht der Generator wieder an. Power geht wieder an. Wir haben jetzt wieder Strom. Okay, sehr gut. Wir haben wieder Strom. Also er lässt uns jetzt gehen, aber wir müssen unsere Party-Tickets einlösen. Also er macht so eine Abschiedsparty. Ah, okay, ja. Okay, okay, korrekt. Aber wollen wir überhaupt eine Abschiedsparty haben? Wenn die Party vorbei ist, dann lasse ich euch alle gehen, sagt er. Ich verspreche es. Er verspricht es. Ich meine, guck mal, der wird doch nicht ein Versprechen brechen oder was. Also warum sollte er denn? Ist ja einer draufgegangen. Oh, wir sind noch zu dritt. Was? Oh nein, ey. Okay, also, ist halt die Frage, denkst du? Ich warte mal, der ist typisch Veteran, ne? Hier, mein Ticket, mein Ticket. Ich habe auch ein Ticket, aber ich weiß nicht, ob ich da reingehen möchte. Lol, das muss da rein, hier in den Automaten. Hast du das jetzt gerade reingemacht? Ja. Oh mein Gott. Mach auch rein, komm. Er meint so, I won't get hit. Oh nein. Mach auch da rein jetzt, schnell, komm. Ich mache Box. Was machst du? Ich bin doch nicht alleine hier auf der Party. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast, sagt er. Ich glaube, jetzt hast du es... Oh nein. Jetzt hast du irgendwas gemacht, weil du es da reingesteckt hast. Jeder soll ein Stück Kuchen bekommen. Jetzt siehst du das auch? Ja, ich sehe es auch. Und dann kannst du in den Ausgang nach Hause. Viel Spaß dann. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ey, du musst jetzt die Tickets machen. Mann, ihr hättet die abgeben müssen. Nein. Wie soll die Ballons nicht... Ist ne Obby, wie soll die Ballons nicht kaputt machen? Don't pop the Ballons. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Wieso habe ich überhaupt so einen Hut auf? Ist so, weil du das Ticket gemacht hast. Jetzt. Nicht berühren, nicht berühren. Okay, okay, okay. Nicht berühren die Ballons. Hier ist der Kuchen. Hier ist der Kuchen. Hier und jetzt? Hier raus einfach nur durch den Ausgang oder wie? Ja, aber ich kann ja jetzt... Wir müssen doch erstmal die Dings finden, oder nicht? Diese Tickets. Ja, im Ballon. Nein, der platzt jetzt hier. Der platzt genau bei uns. Er kommt. Nein. Nein. Mach auf, mach auf, mach auf. Oh mein Gott. Hier hoch, 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 hoch irgendwie. Das geht nicht. Man kann nicht springen, man kann nicht springen. Oh mein Gott. Leiter, hier ist eine Leiter. Leiter, Leiter, nimm die Leiter. Nimm die doch, das geht nicht. Ich kann aber mich ja auch nicht in eine Box verkriechen. Der kommt jetzt. Oh mein Gott. Wir müssen die irgendwo hinschieben. Ja. Jetzt. Es geht runter. Es geht runter. Ja. Noch weiter. Nein, die Box ist ein Weg. Die Box ist ein Weg. Jetzt. Jetzt hoch. Oh. Da kommt der. Jetzt hinter uns. Beeil dich. Oh nein, oh nein, beeil dich. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Hier lang, hier lang, hier lang. Rechts, rechts. Oh mein Gott, der ist direkt hinter uns. Hier ist Licht, hier ist Licht. Ich weiß nicht, das sieht aus wie tot. Ah. Oh mein Gott. Nein. Ducken, ducken. Du hast recht, du hast recht, der ist hinter uns. Wau. Wau. Da. Er ist ganz da. Oh mein Gott, hier in Zaun. Da bin ich raus. Können wir echt denn kommen? Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich habe so Angst. Ich glaube, hier. Kommt der da jetzt raus? Kommt der da jetzt raus? Jetzt hier. Wau auf. Nein. Kommt bitte da. Da kommt der. Da kommt der. Oh, 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 er kommt. Oh nein, wie schnell er ist, wie schnell er ist. Er sieht auch so hungrig aus. Oh. Oh mein Gott. Guck mal. Er geht zurück in die Fabrik und ist eingesperrt. Können wir jetzt hier rausgehen? Oder? Wir haben überlebt. Ja. Juhu. Das war's, meine Freunde. Wenn ihr von der Werden Sie möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mich mit meinem Video so aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.